Hallo ihr Lieben, ich war bei Lidl und bei der M ein bisschen was einkaufen für 50 Euro. Ich habe einmal 6-Pack Eistee mitgenommen, diesen Ceylon Tee. Leider gibt es diesen Zitrone mit Minze nicht so oft. Das ist unser Lieblings-Ceylon Tee, den gab es nicht. Jetzt haben wir 6-Pack Zitrone mitgenommen. Dann eine Wassermelone, zweimal Wasser. Dann habe ich einmal ganz normal Öl mitgenommen zum Braten und ein natives Olivenöl für Salate. Heiko hat sich zweimal Cappuccino mitgenommen. Dann einmal Toastkäse, 2 Gurken, für Alexandro die Wurstschnecken, Geflügel, die mag er gerne und die Würstchen, die hat er auch schon aufgemacht. Dann wollte ich auch unbedingt Eier mitnehmen. Dann habe ich eine Mango mitgenommen, 2 Kaki für mich und für Alexandro 2 Nektarinen. Ich teile das auf, ich sage für Alexandro, weil ich darf die leider nicht essen. Ich habe diese scheiß Allergie, die regt mich echt auf. Also Waffeln, dann einmal Blätterteig, ein paar Kirschen, dann Pudding, hatte ich hier nicht mehr und da wollte ich mit dem Blätterteig so ein bisschen was Griechisches machen. Dann einmal Kartoffeln für Alexandro, wir machen hier Low Carb. Ein Horiso Salami, die kaufe ich hier mal wieder nach, wenn die alle isst. Die ist sehr, sehr lecker. Ein Marocola. Alexandro wollte hier diese Eiswaffeln mitnehmen. Heiko hat sich hier so zweimal Dosenfutter mitgenommen. Ein Emmentaler am Stück. Dann hier auch zum Backen. Dann habe ich mir von dm die Geschirrreiniger mitgenommen, Revolution, wie immer. Dann habe ich einmal so einen Kustos Salat mitgenommen, Taboulé. Ich hoffe, ich kriege das hin, wie ich das in Dubai gegessen habe. Ich hoffe, das kriege ich so in der Geschmacksrichtung hin. Dann habe ich mir ein paar getrocknete Früchte mitgenommen. Einmal Gattel, einmal Cranberries und im Auto habe ich noch so verschiedene getrocknete Früchte. Ich nehme mich mit auf die Arbeit. Für Alexandro. Einmal von freche Freunde, die Frühstückskringel, Apfel und Erdbeere. Dann einmal gefüllte Piperoni für mich und für Heiko. Gefüllte, 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 gefüllte Chili-Piper. Einmal Mogurz. Alexandro sagt immer Mogurz. Einmal Mogurz für Alexandro. Einmal Kräuteraufstrich. Paprika, Salami und einmal Lackschinken. Heute ist Samstag und wir waren kurz nochmal einkaufen. Und ja, deswegen, das ist ein kleiner Einkauf, deswegen füge ich den einfach hinter den Einkauf, den ihr gesehen habt, noch dahinter. Heiko hat einmal Chips mitgenommen mit Blauschimmelkäse. Ja, fanden wir so ein bisschen merkwürdig. Würden wir mal probieren. Dann haben wir Eistee mitgenommen. Wir lieben ja den Eistee hier. Das ist unser Lieblings-Eistee. Wir haben jetzt auch sechs Six-Packs geholt. Der Rest ist noch im Auto. Konnten wir nicht hochschleppen. Das ist diese Ceylon-Tee mit Minzgeschmack. Und den haben wir beim zweiten Lidl gefunden. Weil beim ersten Lidl gab es nur den Zitronen. Haben wir einmal mitgenommen. Und einmal Almdudler. Dann so ein Viererpack-Feucht-Tücher waren im Angebot. Ein Weichspüler für Alexandro, wie immer. Den von Dusty. Dann einmal Schafskäse. Alexandro hat sich hier so ein Trinkdinger mitgenommen. Ja, wir wollten gleich frühstücken. Haben wir ein bisschen was zum Frühstücken mitgenommen. Hier auch Aufschnitt. Kleine Mini-Gurken. Baby-Bananen für Alexandro. Nektarinen für Alexandro. Weil ich ja allergisch bin, leider. Dann Rotan-Wiener-Käse-Paprika. Die schmecken echt gut. Die mögen wir echt gerne. Dann einmal Rinderhackfleisch. Und zweimal Hähnchen-Innenfilet. Genau, ich habe das noch einmal runtergesetzt. Und einmal Toilettenpapier mitgenommen. Genau, das war mein kleiner Einkauf. Und bis zum nächsten Mal.